Bereust du, dass du an diesem Artikel mitschreibst? Tust du es? Ich bin Jodie Cantor, Investigativjournalistin bei der New York Times. Mein Name ist Megan Toohey. Sie waren mal bei Harvey Weinstein beschäftigt? Warum ist sexuelle Belästigung ein Tabuthema? Die Sache ist größer als Weinstein. Hier werden Missbrauchstäter geschützt von einem ganzen System. Sind Sie sicher, dass es sich nicht nur um Frauen handelt, die mit einem Filmproduzenten schlafen wollen? Frauen, die Vergleichszahlungen erhalten haben, dürfen sich dazu nicht äußern. Was für Zahlungen? Ich habe drei Töchter. Ich möchte für die Frauen meine Stimme erheben, die es nicht können. Weg los.